Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die vollständig renovierte Wohnung befindet sich in Berlin-Mitte. Das im Jahr 1985 erbaute Haus verfügt über sechs Etagen. Das Objekt befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Eingauküche sowie einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 780 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. die Wohnung befindet sich in der Tasche. Die Wohnung befindet sich in der Tasche.